Das Statement hier muss ich einfach mal abgeben. Wir leben in einer Welt, wo wir gut Böse nennen und Böse gut. Wir zelebrieren Kompromisse und nennen es Gnade. Wir haben eine Kultur von Tod und Depressionen und wir nennen es Freiheit. Wir haben eine Kultur von Pornografie und wir nennen es Genuss. Freunde, es wird Zeit, dass eine Generation aufsteht und sagt, nicht mit uns.